Ja. Ist sie gut, muss ich sagen. Kann sie normal nicht ausgehen. Nein, da ist es jetzt richtig schnell. Haar trotzig weit. Na, da ist es aussteigt, ist Peter Wärm. Aber er kämpft. Jetzt kriegt er nieder. Jetzt ist es aus. Das ist jetzt interessant. Ich habe eine schöne Mögel. Ich habe einen Schuch-Augest. Ich habe eine kleine Mögel.